Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Elgir und ganz wichtige Info, wenn ihr euch das Album jetzt kauft, vorbestellt, dann habt ihr um 0 Uhr die Single drauf. Wenn ihr die um 23.30 Uhr kauft, habt ihr die auch um 0 Uhr drauf. Das ist alles nur Verarschung, taktisches Gelaber von Rappern, um euch zum Kaufen zu überreden. Die Boxen sind zu 90% weg, bla bla, das ist nicht mein Stil. Ich bin ein Typ, ich bin Realist, wir leben in einer Geierwelt, wir leben in einer profitiert geilen Welt. Und wieso soll ich von euch verlangen, dass ihr meine Produkte kauft, wenn ihr noch nicht mal Ruhe in Sinne das kauft, mit denen ich groß geworden bin. Deswegen, in diesem Sinne, wir machen das jetzt anders. Jeder, der ab sofort die Box bestellt und uns ein Foto schickt, der wird nicht mehr auf der Story erwähnt, der kriegt einfach eine Spieltag-Analyse vom Spieltag. So, dass er auf jeden Fall sein Geld wieder zurückkriegt. Die erste Nase ist umsonst, damit ihr auch seht, dass das alles funktioniert. Sollte die Spieltag-Analyse fehlerhaft sein, dürft ihr das Album natürlich abbestellen und wenn nicht, müsst ihr so korrekt sein und das dann natürlich behalten. Die erste Nase ist umsonst, Iran, Marokko, Übertor, Spanien, Portugal, Übertor.